So Uwe, das letzte Mal haben wir die Aggregate aus dem Fahrzeug hier ausbauen lassen und jetzt stehen wir vor dem komplett zerlegten Getriebe. Ja, wir haben den nächsten hochspannten Meilenstein erreicht. Motor, Getriebe, der ganze Antriebsstrang ist wirklich komplett zerlegt, also bis auf das kleinste Einzelteil. Und die Spezialisten, die werden jetzt genau diese Komponenten eingehend befunden. Um herauszufinden, in welchem Zustand sind die Teile, inwiefern haben wir Bedarfe an Überarbeitung oder auch Erneuerung. Aber da kann man auch schon eins sagen, Porsche steht ja auch für Qualität, für Robustheit und für Standfestigkeit. Und unsere Erwartungshaltung ist ganz einfach, dass wir schon davon ausgehen, dass wir hier hochwertiges Material zur Verfügung haben. Da bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, was der Techniker zu sagen hat, weil ich denke, wir flutschen jetzt von Gang zu Gang einmal da durch und schauen uns alles genau an, wie das so nach so einer Rallye in so einem Getriebe ausschaut. So Klaus, ich bin ja super gespannt, du als alter Getriebe-Profi bei uns jahrelang sämtliche Getriebe bei uns im Werk gemacht. Dennoch ist es bei dem 959 Paris Stacat doch das eine oder andere ganz speziell. Lass uns doch jetzt einfach mal Bauteil für Bauteil so durchgucken, was dir aufgefallen ist. Speziell ist eigentlich nur dieser starre Durchtrieb an der Hinterachse. Normalerweise hat er auch wie vorne ein Sperrdifferenzial, das über die Elektronik geregelt wird. Starrer Durchtrieb heißt dann, dass das Auto eigentlich nur gerade ausfährt. War natürlich bei der Fahrt auf Paris Stacat einfacher. Die hatten einen losen Untergrund mit dem Sand und da war ein starrer Durchtrieb von Nöten. Aber du hast recht, dieses Bauteil allein schon ist nicht in der Serie zu finden. Kegeltellerrad, das bindet sich hier direkt an. Wir haben ja hier immer auf den Flanken Anlaufspuren. Wie beurteilst du die? Dieser Triebsatz hat eigentlich ganz normaler Verschleiß. Überraschend gut für das Fahrzeug, das Paris Stacat gefahren ist. Aber von der Sache her, wie auch mit den Radsätzen allgemein, also nur ganz normaler Verschleiß, den ich mit jedem Auto sonst auch habe. Aber die Lager und die Verschleißteile werden sowieso erneuert. Also Lager und die Synchronringe sind auch nicht mehr neuster Stand. Die neuen Ringe sind dann mit Molybdänbeschichtung, weil das einfach für den Fahrkomfort und für die Oberfläche von meinem Synchronkonus besser ist, langlebiger. Stahl auf Stahl, wenn es richtig zur Sache geht, wird es ja warm, Reibung. Und dann wird es blau und die nächste Stufe ist dann kaputt. Ja, okay. Man muss auch wissen dazu, dieser Typ von Getriebe war damals noch ein Prototypenstatus. Richtig, richtig. Du hast das eine oder andere auch schon gesehen, dass es Prototypenteile noch gibt. Diese Scheiben zum Beispiel, die sind noch aus einem ganz anderen Material, wie die Scheibe, die es jetzt... Das Auto ist zwar immer neu, das ist ein aktueller, aber die Scheiben wurden dann härter gemacht und so weiter und so weiter, ja. Haben wir hier vorne noch? Das ist die Vorderachse, ja. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel so eine Lamellensperre. Dieses Paket hat sich im Laufe der Jahre immer wieder erneuert oder verbessert, genau, ja. Aber da sieht man ja, wenn man so ein Paket anschaut, haben wir hier mehrere Scheiben und wenn die jetzt einen starken Verschleiß hätten, würden wir jetzt da... Man sieht ein bisschen Verschleiß durch die Spiegelung. Wenn sie neu sind, ist das alles ganz matt, ja. Aber die sind so jetzt nicht kaputt. Das Einzige, was bei dem wahrscheinlich zu hören kriegst, ist, dass sie laut sind. Aha, okay. Deshalb wurden die später auf diese Geilon-Lamellen umgebaut. Aber im Rennsport ist ja die Geräuschkulisse sowieso egal. Okay. Hauptsache es funktioniert und das muss gut halten, ja. Okay. Deshalb sind die noch so. Und auch hier vorne, der Vorderachstriebsatz, tadellos. Okay. Der hatte früher noch sieben Zähne, die neun sind dann verstärkt worden, die hatten acht. Und ansonsten würde ich die Lager ersetzen, klar, oder halt, sagen wir mal, die Verschleißteile. Aber dennoch, Klaus, habe ich eine Bitte. Das Gehäuse außenrum belassen wir so. Das bleibt so, ja. Also tatsächlich auch diese Patina, die es damals bekommen hat und diesen eingebrannten Dreck in dem Gehäuse würde ich beibelassen. Vielen Dank für deine tolle Erklärung. Jedes Bauteil einzeln erklärt hervorragend. Viel Erfolg beim Zusammenbau unserer Getriebe. Und ich gehe jetzt weiter rüber zum Motor und schaue mir das dort an. Hallo Bernd, wir sind jetzt hier an unserem 959 Paris Dakar Motor. Ihr habt den komplett zerlegt. Erste Frage beim Allgemeinen, ist das eigentlich ein Serienmotor gewesen? Also größtenteils ist schon Serie. Ein paar Veränderungen für den Motorsport haben sie schon gemacht. Wenn wir jetzt gerade zum Beispiel da hineingucken, diese Stäge vom Kurbelgehäuse, die sind abgerundet und poliert, damit das Öl flutscht. Oder auch, wenn wir dann weitergehen, das Auto hat ja keine Heizung. Deswegen gibt es hier ein Wasserrohr geändert. Oder das Wasserpumpenrad, das ist so leicht, lang mal hin. Das ist Magnesium. Ah ja, okay. Und sonst ist das Stahl. Und die Turbolader sind auch nur Luft und Öl gekühlt ohne Wasser. Aha, okay. Das ist halt ein ganz frühes Modell. Aber schon sehr nah am Seriennah. Was uns natürlich ein bisschen vereinfacht heute, wenn wir Teile brauchen, die auch zu bekommen. Ihr habt da, glaube ich, ein relativ großes Sortiment an 959 Teilen mittlerweile wieder, um die Autos am Laufen zu halten. Ja, vor allem Motor klappt das wunderbar. Da haben wir fast alles. Hier Kurbelwelle Herzstück. Kurbelwelle Herzstück sieht aus wie ladeneu. Also man erkennt nicht, dass das da 20.000 Kilometer Kunden fahren wäre. Unterschied noch. Immer noch der Pleuel. Das ist jetzt hier noch poliert. Spät in der Serie waren die Kugeln gestrahlt. Aber sonst verschleißt alles Simmering, alles wie neu. Okay. Das sind ja sehr erfreundliche Nachrichten. Für mich als Techniker stelle fest, Kurbelgehäuse im intakten Zustand mit leichten Veränderungen. Kurbelwelle in einem Top-Zustand. Da atmen wir schon mal auf als Kunde. Ja. Weil das ist glaube ich auch schon mal was, was echt ins Geld gehen kann. Der Verschleiß, Kolbe und Zylinder, fast nicht messbar. Okay. Nockenwellen laufen dann auf dem aufgesetzten Kopf. Das ist ein Gehäuse, da laufen die Nockenwellen drin. Auch hier ist besonders zu sagen, kein Verschleiß an der Nocke. Und manchmal machen wir da so feine Pittings oder so. Ja. Absolut nichts. Ich glaube ein bisschen Sorge hattet ihr bei den Teilen, die halt mit Wasser gefüllt waren. Im Laufe der Zeit haben die logischerweise Korrosion. Die Angst war da, aber innen drin war alles sauber. Picobello. Ja super. Von außen hatten wir ein bisschen Korrosion. Mit dem Zerlegen Probleme, aber nichts was man nicht lösen konnte. Ja gut, das sind tolle Neuigkeiten. Danke für deine Expertise. Gerne. Wir hätten gern, klar, so wie beim Getriebe auch, die Technik im tipptopp Zustand. Ist jetzt hier schön, weil wir hier wirklich einen sehr hohen Anteil an Originalteilen wieder verbauen können. Dichtungen und Lager und so müssen erneuert werden logischerweise. Aber eine Bitte hätten wir alle optischen Teile auch in dem Zustand lassen, wie sie sind. Wenn jetzt, wie wir sehen, bei dem Lader war ja alles voll mit Schmutz, das muss natürlich befreit werden. Aber diese Spuren, die wir hier haben, von dem Sand und von dem Wasser, wo das Auto durchfahren hat, die wird man belassen wollen, weil wir wollen die Spuren eigentlich von der Rallye nicht an dem Auto wegwischen, sondern sie beibehalten. Genau, das machen wir auch. Das fahren wir in der Waschmaschine, weil der Öl und Dreck muss ja raus, aber da bürsten wir jetzt nicht, da machen wir gar nichts. Bernd, vielen Dank für deine Expertise zu dem Motor. Gerne. Und ich bin mir sicher, ich bin bei euch gut aufgehoben, weil ihr das ganz hervorragend macht. Wir gehen jetzt weiter in die Museumswerkstatt und schauen uns dort den 959 Paris Dakar an, was dort an dem Fahrzeug passiert ist. Und dazu gehen wir jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.